Hinterfrage niemals, warum wir so viel Kondition haben, Sakura. Das liegt anscheinend an den Genen, die sind immer motiviert. Aber ich bin nicht motiviert für mehr Missionen hier. Ah, langsam nerven mich die Missionen. Aber es ist eigentlich wichtig, dass wir die durchhaben. Anyways, dann können wir das eigentlich gerade sogar abspeichern. Da wird auf jeden Fall wieder die zweite Fall geopfert. Denn wir haben es diesmal mit drei Missionen zu tun. Aber wir kennen das Spiel inzwischen. Von drei Missionen werden es dann sieben. Das kann nicht schmecken. Außer, das Spiel wird mich diesmal überraschen. Aber wir werden ja sehen, was es diesmal für Missionen sind. Es kann ja sein, dass es jetzt irgendwie zwei B und eine A Mission sind. Oder vielleicht zwei A und eine B Mission. Ich weiß es nicht. A, B und C natürlich, ne? Das Alphabet, meine Damen und Herren. So, dann haben wir natürlich wieder die Überbrückung der Kluft. Vorsicht, zerbrechlich und gefährliche Offenplage. Also dann, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall mit dem schwächsten Rang an. Überbrückung der Kluft. Banditen haben eine wichtige Brücke in den Bergen besetzt und nötigen Reisenden ihr Geld ab. Bezwinge sie und erobere die Brücke zurück. Und das Geld. Und das Geld. Hättet ihr auch erwähnen müssen. Das behalten die nicht. Das möchte entweder ich behalten. Oder ich behalten. Aber Zoro, nein, du darfst es nicht haben. Nein, ich will es behalten. Schusch. So, und wie es wohl aussieht, na. Würde ich eigentlich mal sagen. Könnte man ja eigentlich ja Lee verwenden, ne? Ich würde mal sagen, doch. Wir liefern mir ein bisschen mehr mit Lee. Dann kann er das ein bisschen keepen. Äh, was das Niveau des allgemeinen Teams angeht. Und, ähm, ja. Wobei, wenn ich wieder das sehe. Hier mal ist es zurück. Wieder so eine Kack-Mission. Hier, guckt mal. Ich bin mächtiger als die alle zusammen. Äh, nein. Ich möchte nicht Dynamic Entity einsetzen. Auch wenn es cool ausgesehen hätte, ne? Aber das Spiel sagt immer nein. Oh. Diese, diese, diese potenziellen Togenpunkte. Ihr bricht mir das Herz, Leute. Ihr bricht mir das Herz. Wie es so aussieht. Soll ich mit Feuerkunas werfen? Okay. Guckt mal jetzt hin, ne? Meine Wurfgeschoss-Skills kennen keine Grenzen. Huah, 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 huah. Ich glaube aber trotzdem bei den drei Schuriken. Vielleicht finde ich ja da die drei Schuriken. Moment. Genau. Davon sprechen wir doch die ganze Zeit. Also. Äh, he, he, he. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Jetzt langsam ein bisschen nach links biegen. Äh, ich sag dir nach links biegen, nach links biegen, nach links biegen. Come on. So. Hauptsache wir haben wieder 99. So. Bist du down? Ja. Okay. War definitiv eine schnelle Mission, aber gerade weil es eine schnelle Mission ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da gleich noch mehr kommt. Aber, soviel dazu erst mal. Oh. Okay. Es wurde nichts drauf gesteckt. Das überrascht mich jetzt aber ehrlich gesagt. Okay. Wir machen das jetzt mal keine großen Gedanken darüber. Gefährliche Affenplage wird das nächste Ziel sein. Wie jetzt einige Reise leidvoll erfahren mussten, können auch Affen gefährlich sein. What the fuck, ey. Wow, war das bitte mal was Neues. Und wir wollen jetzt hier keine Harambe-Jokes bringen. Wir reden von den Affen im Naruto-Universum, okay? Also nochmal hier, ne? Äh, können auch Affen gefährlich sein, wenn sie in Rudeln auftreten. Äh, finde die Affenhorden und zahle es ihnen heim. Am Ende wurden sie doch nur selbst hier wieder schlecht behandelt, weil es wieder irgend so ein schlechter Gambler wieder so hingekriegt hat, äh, so schlecht zu schummeln, dass sie eigentlich nur ehrlich gewonnen haben und natürlich der Gambler so sagte, ne, eigentlich waren die voll scheiße zu mir. Ich will gerne das Zeug zurückhaben. Bitte gebt es mir zurück. Ah. Da würde ich doch mal sagen, nehmen wir doch gerade hier Lee, Neji und Naruto-Universum. Aber einfach nur, weil wir hier gerade noch nicht geil freigeschaltet haben, weil sonst hätten wir eigentlich gerade mit, äh, Gais Team, also würde ich mit so einem vollen Team von geil reingehen können. Auch wenn Ten-Ten in diesem Spiel nicht spielbar ist. Ich glaube, die sieht man nicht bei dem Spiel. Anyways, besiege alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Oh, 40 Affen in 3 Minuten. Na, das Ding, denke, das kriegen wir hin, ne. Das ist auf jeden Fall wieder so gut ausgelegt, dass wir 20 mit Lee ausschalten werden. 10 mit Naruto und 10 mit Neji. Und natürlich bewerfen die mich hier mit der Kacke oder mit Stein. Nein, das sieht ja zumindest echt aus, als würde ich mich immer mit Kacke bewerfen. Ich hoffe, mich mit Kacke zu bewerfen. Okay, das ist aber ein Stein gewesen. Das habe ich jetzt ganz genau gesehen. Aber man hat doch gesehen, die können auch schrinken. Die können auf jeden Fall auch ihren Hinterteil dafür einsetzen. Und natürlich hat Dynamic Entry dann nicht funktioniert. So, aber das sollte funktionieren. Huah! Ey, das ist sogar One-Hit. Aber ich sollte das nicht tun, weil die Rollen sind viel zu weit weg. So. Äh, kommt doch mal bitte in einem Haufen zusammen. Und ich rede nicht von dem Haufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, der eine ist auf jeden Fall auf die Fresse geflogen. Sehr gut. Äh, der wäre auch schon mal weg vom Fenster. Hört ihr bitte da, hört ihr bitte mit dem Affenmist auf? So. Müssen nur noch vier von den Affen besiegen, dann switchen wir sofort zu Neji und Naruto. Es kann sogar sein, dass wir vielleicht sogar Neji auslassen müssen. Weil wir brauchen doch etwas zu viel Zeit. Okay, okay, einfach jetzt da durchwaschen. Das kann sogar sein, dass ich jetzt einfach auf ein paar Tugendpunkte kacken muss. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr versteht. So, also. Doppelgänger in Einsatz. So, auf die Punkte denken kack ich mal. Also, wer ist der Nächste? Ihr seid die Nächsten. So, Naruto rendert eigentlich sich gerade da. Perfekt. Oh Gott, nur noch eine fucking Minute. Ich glaube, hier müsst ihr doch ein bisschen rushen. Hier sollte das wahre Hengern aber nicht eingesetzt werden. Ganz ehrlich. Das funktioniert so nicht. Und natürlich setze ich hier schon wieder so ein. Oh, for fuck's sake. What's wrong with me? Okay. Okay. Ich glaube, tut mir leid, Neji, ne? Aber das muss ein bisschen gespeedet werden. Ich kann leider nichts dagegen tun. Aber mit dem Rasengan machen wir doch etwas mehr Damage als erwartet. Und kommen da schneller durch die ganze Horde durch. Deswegen vergibt mir Neji. Aber ich glaube, die Tugendpunkte sollen vorerst mal nicht hier gehören. So, ein paar Doppelgänger, ein paar Doppelgänger. So, also. Komm mal her. Und das war's. Oh, das war aber auch sogar knapp, ey. Jobs done. Okay. Aber keine Missionen drauf stapeln. Sagt er und kriegt neue Missionen ins Gesicht geworfen. Mensch. Es war doch klar, dass drei Missionen zu wenig sind. Ne, wir setzen noch eine drauf. Und zwar Affen ohne Ende. Ach, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Jetzt ist aber Schluss mit dem Affentheater. Die Affen, mit denen du dich vor kurzem angelegt hast, haben einen Kontrollpunkt besetzt. Und belästigen Reisende. Es ist Zeit, dass du ihnen eine Lektion erteilst. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Aber einfach nur bitte ohne Zeitdruck. Weil ich hab jetzt wirklich das dringende Bedürfnis, wirklich Naruto mal mitzunehmen. Weil Li ist immer noch Pflicht. Wir nehmen Naruto mit und... Ja, komm. Kalkashi kann man ja auch mitnehmen. Ist nicht verboten. So, also. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussehen wird. Müssen wir wieder den, äh, Anführer suchen. Oder doch direkt in den Kampf reingehen. Besiege alle Gegnern, hab das Zeitlimit. Wollen wir mich verarschen. Dann 20 in... Äh, 3 Minuten. Okay. Sterben die aber schnell? Ja, die sterben anscheinend schnell. Sehr gut. So. Also dann. Die Furzkanone ist auf jeden Fall anwesend. Aber dir werde ich sowieso die Stinkbombe ins Gesicht drücken. Oh Gott, aber die ist auf jeden Fall richtig schnell. Weil ich denke, ich werde es wirklich wahrscheinlich erstmal so machen, dass ich die ein paar Mal mit, äh, mit Konoha Sample angreife. So. Also dann. Ist es aber gut. Ist es aber wirklich gut hier. Li sackt zwar schon gescheit die ganzen Punkte da ein. Sieht zwar nicht so viel aus, aber er sackt sie ein. Das ist der Fakt. Ah, aber... Oh, meine Güte, ey. Es ist wirklich wichtig, dass du mal irgendwie so... Isha, aber weil... Sonst müsste ich wirklich auf meine Schürtiken dazu greifen. Das ist sogar One-Hit wert. Okay. Sehr gut. Dann machen wir das ein bisschen. Ich meine, wir haben jetzt schon gerade so viele. Das Schade ist auch nicht, ein paar davon einzusetzen. So, also. Entfört mit euch. Ich sage, Entfört mit euch. Oder auch nicht. Sind doch nur noch zwölf übrig. Und jetzt kastiert die auch noch mit eurem Arsch. Was ist da los mit euch? Okay. Okay. Sieht jetzt doch ganz gut aus. Wir haben genug Zeit. Und wirst du raus, die brauchen wir doch nicht die anderen holen. Dann hätte ich doch eigentlich Neji Neb mitnehmen müssen. Ah, aber wenn ich mich wieder so schlecht anstelle. Also dann, komm her. Komm her. Weißt du was, fuck off. Kakashi fix that shit. Da stehen die anderen einfach rum. Bewegst dich keinen Millimeter. Und ich verfolge natürlich den Beweglichsnotall-Affen. So. Ähm. Oh Gott. Ich fahrt mit euch. So. Habe ich genug von euch. Und. Jetzt könnt ihr mal gerne euren Turbo-Tempo ausmachen. Reicht das auch mal. So. Das war's. Gut. Dann wäre das Problem jetzt auch gelöst. Und. Ey. Diese Affen hören einfach nicht auf, mich zu nerven. Was ist los mit euch Affen? Kauft euch ne Banane. Aber geht doch. Ach da. Schluss mit dem Affentheater. Jetzt mal ganz ehrlich, ne. Aus Wut über die Niederlage seines Gefolges sind der Anführer der Affen auf Rache. Schnapp ihn dir und mach dem Affentheater eine. Ja. Es wird wirklich Zeit. Wenn ihr mir gleich noch ein bisschen drauset. So. Jetzt ist die Mutter des Affen-Anführers böse. Jetzt musst du die Mutter verklopfen. Oh nein. Jetzt ist der Ehemann der Mutter. Oder eigentlich auch gesagt der Vater. Aber wir kommen jetzt eigentlich natürlich schon in die Sicht der Ehefrau da haben. Wurde natürlich vernichtet. Jetzt ist natürlich der Papa böse. Muss jetzt auch zuschlagen. Ich glaube, wir lassen die jetzt sogar in dem Fall erstmal aus. Da würde ich eigentlich sogar sagen, na. Könnt ihr vielleicht sogar auf Sakuras Jutsu zurückgreifen. Weil ich denke, hier könnten wahrscheinlich wieder so viele Affen im Weg stehen. Da müssten die mal kurz einfach mal liegen bleiben. Ja. Aber es sieht natürlich wieder so aus, dass wir durch die Oberworld den Anführer handeln müssen. Also dann. Du kannst natürlich auch in die Arme laufen. Oder du läufst wieder zurück. Oder du läufst doch wieder zurück von deinem Zurückgang. Ah. Ich fliege ins Loch manchmal, ey. Das ist so blöd mit diesen Affen. Anyways. Also haben wir natürlich wieder alle hier dabei, ne. Dann würde ich eigentlich sagen. Äh, komm. Dann haben wir ein paar Werteboosts von ihm. Das sind dann Oma Porta als davor. Und dann habe ich genug von den Affen. So. Wo sind die Punkte? Da sind die Punkte. Also dann. Weg mit dir. Du kriegst natürlich die Doppelgänger zu spüren. Gefolgt von meinen Fünfer Damage. Und dann. Fehlt es nur noch du. Ist da noch ein Üblich? Achso, der da hinten. Denkt sich auch gerade so, ne. You never take me alive. Aber fuck off. Ich habe dich gekriegt. Hier, siehst du. Diese diesen 8 Damage. Siehste, wie fett ich damit umgehen kann. 101 Tugendpunkte. Ich glaube, jetzt fangen die langsam an meine Sprache zu sprechen. Das sind Werte, die ich sehen möchte. So. Ach, du möchtest dich ernsthaft im Kreis drehen. Das Spiel kann man zu zweit spielen, mein Freund. Oder auch nicht. Er hat sich doch entschieden, nicht mehr im Kreis zu laufen. Aber, ja, oh Gott. Jetzt muss ich gerade spontan an Essen denken. Fuck mal live. Jetzt habe ich gerade Hunger. Weil mir der Magen gerade so laut geknurrt hat. Aber das hat keiner von euch gehört, weil ich das rausgeschnitten habe. Und merkt euch eines, Kinder, ne. Niemals mit leerem Magen vor einer Aufnahme sitzen. Sonst endet ihr genau wie ich. So, aber jetzt sollten wir mal zu sehen. Noch schnell die Affen da wegzuklatschen. Kann ich deren Bananen wegklauen. Und ich meine nicht die Bananen. Aber ich setze einfach ein paar Ware das Hängern sein. Und das Problem ist dann gelöst. So. Wo ist der Nächste? Wobei, dafür brauchen wir nicht wirklich doppelgegangen. Wir können auch einfach das einsetzen. So. Wieder 100 Tunpunkte. Ich glaube, die geben eigentlich exakt 100 Punkte. Der Einser war wahrscheinlich dafür, dass ich zu viel Damage gemacht habe. So. Keine Gnade. Einfach direkt zum Anführer laufen. Weil ich wahrscheinlich mir so denken kann, dass die so 30 Sekunden Zeitlimit geben. Wetten? 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 Also komm. Oh, ne Minute. Nevermind. Ausreichend. Du musst nur den Rand halten. Du musst nur den Rand halten. Während des nicht ist damit beendet. Komm on, komm on, komm on. Einfach ein bisschen mehr reinklatschen. Einfach ein bisschen mehr reinklatschen. So, er ist jetzt wieder aufgestanden. Da gibt's die nächste Rasshänger. Salve und okay, irgendwie überlebt er das doch ein bisschen. So. Direkt in den Haufen gefetzt. Oh mein Gott, ey. Die ganzen Affen da sind im Weg. Weg mit euch. Danke für die Tugendpunkte, die gerade mit der Grund gedroppt werden. Das feiere ich natürlich sehr. Aber was ich noch mehr feiern würde, wäre, wenn der Anführer down gehen würde für mehr Tugendpunkte. Dankeschön. Dankeschön. Oh mein Gott, denn diese ganzen Affen da verschwindet. Bye. Ignore ich jetzt einfach die Cent. Keine neuen Missionen, bitte. Danke. Danke. Dieses Affentheater schon wieder, ne? Ich habe wieder so Monkey Chronicles 1 Flashbacks. So, Vorsicht, zerbrechlich. Ja, also. Ein Frachtunternehmen hat eine Eskorte für eine Lieferung extrem teuren und zerbrechlichen Porzellans angefordert. Sorgt dafür, dass die Ware unfassert ankommt. Oh nein. Nein, es ist jetzt wirklich so weit gekommen, dass wir wieder das machen? Ich möchte das nicht machen. Ah ja, dann muss natürlich hier wieder Prioritäten gesetzt werden. Darunter versteht man natürlich hier die drei da, weil Narutus Doppelgänger sind Pflicht. Shikamarus Fallen könnten da eigentlich sogar total hilfreich sein. Und Kakashi einfach, weil er gerade so viel Damage macht, wenn es akkritisch wird. Also dann, wohin geht es diesmal? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Ja. Aha. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Die Transportmissionen sind wieder da. In Osumaki Chronicles 1 habe ich hier auch schon richtig heftig rumgeheult. So, okay. Kommt her. Kommt her. Kommt einfach her. Ähm. Keiner ist da. Also normalerweise sollte das irgendwo schon zentral gesetzt werden. Oh Gott. Fatty McFetchback. Verschwinde. Wobei. So schlimm sieht das jetzt auch nicht aus, ne? Die sind nicht so aggressiv wie im ersten Teil. Waren das alle? Also. Ich habe gehört, du möchtest der Nächste sein. Du verschwindest gefälligst auf. Oh Gott. Das sind ja noch mehr. Da ist noch einer. Ist da vielleicht schon wieder einer vor dem Wagen? Nein. Oh Gott. Das sind doch langsam viele. So. Du beschäftigst ihn. Du beschäftigst ihn. Kommt mich da so ein bisschen mit. Von mir aus keiner war ein bisschen Damage nehmen. Oh. Wichtiger Rios. Danke. So. 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 Oh Gott. Aber die Tugendpunkte. Die sind wirklich geschenkt. Und. Sogar verdient. Dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aha. Aber es ist wirklich dieses pflichtgemäße. Äh. Rumgekämpfe hier. So nach Motto. Guck mal. Jetzt kommt die nächste Lawine. Komm mal da mit, Klatschoro. Will aber nicht damit klarkommen. Will damit aber nicht klarkommen. Kann damit nicht klarkommen. So. Also dann. Äh. Wo ist der Nächste? Okay. Die sind alle da oben. Könnte ich eigentlich mit dem Rasenga da kurz reinfetzen. Oh Gott. Also der eine hat auf jeden Fall den vollen Damage kassiert. Ich kann eigentlich die Konas da schnell hinwerfen. So. Dann wäre das auch gelöst. Dann kommen jetzt die da hinten. So. Du und damit habe ich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe geklatscht. Äh. Klatschen können. So. Also. Ich habe gehört, es bist nur noch du übrig. Du würdest gerne mit mir eine Pizza teilen. Nein. Pff. Da brauchst du auch gar nicht mehr zu mir zurückzukommen. Ja. Also. Dann noch die letzte Runde. Und dann hoffe ich, war es das mit den Missionen. Weil ganz ehrlich, diese Missionen werden ja halt zweimal schwerer. Und die Motivation zu den Missionen senkt halt immer mehr. Nichts gegen die Missionen. Die sind schon lustig, ne? Aber wenn man sich so denkt, ne. Es könnte wirklich irgendwann so eine ätzende Mission kommen, wo ich vielleicht mehrere Versuche brauche. Und das könnte einem die Aufnahmelaune komplett ruinieren. Einige Leute sind da abgehärtet. Aber ich habe da manchmal so meine Grenzen. Das ist doch der Fakt. So. Der ist schon mal down. Ich möchte aber gerne zum Wagen gehen. Ganz genau wegen dem da, der es einfach nicht auf die Reihe kriegt, ähm, an einem Baum vorbeilaufen zu können. So. Dann machen wir das hier. Ja, schmeißen wir da ein paar weitere Bomben hinterher. Verzichten auf die Tugendpunkte da hinten. Und. Holen uns aber noch die Rios. So. Ist nur noch übrig, habe ich gehört. Bitte. Sehr gut. Okay. Aber was die Tugendpunkte allgemein angeht, ne. War auf jeden Fall fair verteilt. Und ich meine jetzt nicht darunter die Charaktere, die, äh, bei denen ich das untereinander vertreteile. verteilen sollte, sondern allgemein, was die gedroppt haben. Also die Menge war mir gesagt wichtig. So. Wir sind natürlich angekommen, ne. Und, ähm, ja. Ich hoffe, die können mit dem Porzellan arbeiten. Weil ich kann es nicht und will damit nicht arbeiten. So. Jobs done. Und das war auch wirklich die letzte Mission. Ach. Das hat mir gerade, da fiel mir gerade ein Stein vom Herzen. Wirklich. So. Dann hätten wir momentan 28 Missionen hinter uns. Eine inzwischen hohe Zahl. Wir bereichen sogar schon bald die 30er Grenze. Aber das wird wahrscheinlich erst nach dem nächsten Kapitel weitergehen. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Session soweit gefallen. Falls ja, könnt ihr das bei deiner Bewertung da lassen und mir in den Kommentaren schreiben, was euch an dem Video gefallen hat und was nicht. Und ihr dürft natürlich nicht die Hosen vergessen, ne. Die Hosen. Die Hosen von diesen Marionetten. Die irritieren mich immer noch. Tut mir leid. Aber ja. Ne. Macht euch bis dahin einen angenehmen Tag, Abend. Und wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Session wieder. Adios.